Herzlich Willkommen zur Nachtvorlesung Nachgefragt. Liebe Zuschauer, unsere Speicheldrüsen kennen wir meistens nur in einem sehr positiven Zusammenhang. Wenn wir in unserem Lieblingslokal sitzen vor einem guten Essen, läuft uns quasi das Wasser im Munde zusammen. Es gibt aber auch Erkrankungen der Speicheldrüsen und das ist genau Thema unserer heutigen Sendung. Dazu habe ich mir wieder einen Experten eingeladen, das ist der Herr Dr. Grefe. Er ist Oberarzt der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie und plastische Operationen am Asklepius Klinik St. Georg. Hallo Herr Dr. Grefe, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich hier zu sein heute. Was für Erkrankungen der Speicheldrüsen kennt man denn? Oh, da gibt es eine ganze Menge. Also erstmal würde ich gerne mal erklären, was für Speicheldrüsen es gibt. Das sind die großen Kopf-Speicheldrüsen, das sind vor allem die vor dem Ohr, die Ohrspeicheldrüse. Dann haben wir noch eine Unterkiefer-Speicheldrüse, die befindet sich hier unten unter dem Unterkiefer. Und es gibt noch eine unter der Zunge, die kann man aber so von außen nicht tasten. Und es gibt noch ganz viele im Bereich der Zunge und der Mundschleimhaut und im Bereich der Lippen. Das sind so die kleinen Speicheldrüsen. Und die können theoretisch alle erkranken, wobei das natürlich nicht so häufig ist. Häufig ist, dass die großen Ohrspeicheldrüsen erkranken. Da gibt es zum Beispiel Steinleiden, kann ich gleich noch was vielleicht dazu erzählen, mit einem Abflusshindernis, dass da wie ein Poppen in der Flasche drin ist und der Speichel, der produziert wird, einfach nicht abfließen kann. Und dann gibt es natürlich auch gutartige Raumforderungen im Bereich der Ohrspeicheldrüse und der Unterkiefer-Speicheldrüse, die man dann auch mal abklären muss, weil in seltenen Fällen da auch mal was Bösartiges drin stecken kann. Aber die Speicheldrüsenerkrankungen, die bösartig sind, sind sehr, sehr selten. Was für Symptome hat denn ein Patient, wenn seine Speicheldrüsen erkranken? Das hängt auch wieder ein bisschen davon ab, welche Art von Erkrankung wir haben. Eben bei den Steinleiden ist es so, dass wir häufig, wenn wir essen, den Speichel ja vermehrt produzieren, der kann dann nicht abfließen und die Drüse versucht dann dagegen anzuarbeiten. Und das gibt dann eine Drüsenschwellung. Und das ist so, dass es akut dann wirklich wehtut und dick wird. Also man hat ja richtig so ein Ei unter dem Unterkiefer, das schmerzt den Patienten und dann mag er auch nicht mehr so richtig essen. Das ist so das Typische, was man hat, wenn man so ein Steinleiden hat. Bei den gutartigen Raumforderungen der Speicheldrüsen ist es so, dass die Patienten häufig tasten, da stimmt irgendwas nicht, wenn das eine gewisse Größe erreicht hat. Zum Beispiel die Männer merken das häufig, wenn sie sich rasieren, dass da irgendwas nicht stimmt. Oder die Frauen merken das mit meinem Eincremen des Halses irgendwann, wenn es eine gewisse Größe hat. Dort gibt es häufig keine zusätzlichen Beschwerden. Das ist einfach nur, dass es dann diese Schwellung vorliegt. Die haben also keine Schmerzen und es ist auch nicht gerötet oder sonst irgendwelche Sachen, die dazukommen. Wie kommt es denn dazu? Also was sind mögliche Ursachen? Ja, also für die gutartigen Speicheldrüsenerkrankungen wissen wir nicht genau, was die Ursache dafür ist. Das sind einfach Geschwulze, die sich dort bilden. Manchmal sind das vielleicht Lymphknoten, die Probleme machen. Aber häufig sind es eben so gutartige Tumoren, die sich dort bilden. Und die Ursache ist eigentlich weitgehend unbekannt. Vielleicht hilft viel Trinken, also ganz einfach gedacht. Ja, also Sie können, durch das viele Trinken, können Sie den Speichel flüssiger machen. Und dieses könnte einem Steinlein vorbeugen. Und wenn Sie so ganz viele kleine Konkremente im Gang haben, können Sie die auch mit dem vielen Trinken rausspülen. Also es ist immer eine Empfehlung, dass die Patienten viel trinken, dass die, wenn sie Probleme mit den Speicheldrüsen haben, und dass sie auch speichelförnende Maßnahmen machen. Das heißt also saure Drops lutschen, Kaugummi kauen und eben auch die Drüse massieren, um diese Sachen dann alle rauszubringen, die da eventuell drin sind. Wenn jetzt ein Patient Speichelsteine entwickelt hat, wie kann man da vorgehen? Also erst mal macht man eine Untersuchung. Man guckt von außen, tastet die Drüse ab, ob dort irgendwelche Resistenzen zu tasten sind, wobei man die größeren Steine eigentlich nur tasten kann. Und wenn die kleinen sind, die Steine, dann kann man die nicht tasten. Also die müssen schon ein ordentliches Kaliber haben. Was man dann machen würde, ist eine Ultraschalluntersuchung, dass man einfach den Schallkopf mal drauf hält und guckt, was fällt mir in der Drüse auf. Ist die vergrößert? Ist die irgendwie vom Gewebe her aufgelockert? Kann ich eventuell schon Steine sehen? Die sind nämlich schalldicht und dann sehe ich so einen richtigen Schatten dahinter. Oder ich kann dem Patienten auch was Saures geben, dann wird ordentlich viel Speichel produziert. Und dann kann man zum Beispiel sehen, wenn der Gang aufgestaut ist, dass dort vielleicht irgendwo ein Stein ist. Das ist dann so ein indirektes Zeichen für einen Stein. Die Steine sieht man beim guten Ultraschall inzwischen schon ab einer Größe von circa zwei bis drei Millimeter. Kann man die sehen. Und was macht man denn, wenn man so einen entdeckt hat? Können die sich auch wieder auflösen einfach? Ja, das wäre schön. Das funktioniert leider nicht. Also medikamentös bekommt man das Ganze nicht weg. Man kann es, wie gesagt, unterstützen mit dem Speichelfördenden Maßnahmen. Kleine Konkremente werden eventuell mal hinausgespült, einfach aus dem Gang. In der Regel funktioniert das aber nicht so, dass man was machen muss. Und dann ist es so ein bisschen ein Stufenschema. Und es hängt ein bisschen davon ab, welche Speicheldrüse denn ganz genau betroffen ist. Es gibt also Drüsen, die kann man etwas härter angehen. Das ist zum Beispiel die Unterkiefer-Speicheldrüse, weil dort nicht so relevante Nerven in der Nähe sind, wie zum Beispiel bei der Ohrspeicheldrüse. Da ist der Gesichtsnerv. Der kommt hier ungefähr an dem Knochen hinten raus und zieht sich durch die Drüse verfächert und ist für die Mimik des gesamten Gesichts zuständig. Also wenn Sie das Auge schließen, wenn Sie die Stirn kräuseln oder so, die Wangen aufblasen, dann brauchen Sie diesen Nerv. Und wenn man den jetzt kaputt machen würde, dann hätten Sie dort schon größere Ausfälle mit Problemen. Trockenes Auge, der Mundwinkel hängt. Und das ist einfach nicht ästhetisch und funktionell einfach auch nicht so schön. Aber man kann dieses natürlich trotzdem operieren und man kann diesen Nerven auch erhalten. Das ist auch die Regel, dass das erhalten wird, dass es keine Probleme gibt. Probleme im Bereich des Nerven sind sehr, sehr selten dann. Sie hatten ja gerade noch angesprochen, dass es auch Tumore in dem Bereich gibt. Was macht man dann? Ja, Tumore treten häufiger mit einer facialisparesa auf, wenn die lange weiter. Das ist dieser Nerv, dieser Nervus facialis. Und dann muss man das schon etwas radikaler operieren, dass man die Drüse halt komplett entfernt und dass man sich auch die Lymphknoten dann häufig mit anschaut an der Halsseite, diese Lymphknoten mit untersucht. Und eventuell muss ich dann auch noch irgendeine Strahlentherapie an diese bösartigen Raumforderungen, die wirklich sehr selten sind, anschließen. Machen die sich irgendwie anders bemerkbar als die normalen Speichelsteine, die nicht bösartig sind? Naja, das sind ja ganz andere Tumoren und kein Abflusshindernis in dem Sinne, sondern es ist eigentlich die Raumforderung, die wächst. Ja, es ist auch eine schmerzlose Raumforderung, die zunimmt. Und häufig ist eben, dass diese Nervenlähmung dazukommt, so als eins der ersten Symptome. Und dann haben die Patienten natürlich noch allgemeine Tumorbeschwerden eventuell, wie Gewichtsverlust, wie eine Reduktion des Allgemeinbefindens. Und denen geht es einfach nicht so richtig gut. Das Problem ist, von außen zu sagen, ist es etwas Gutartiges oder ist es vielleicht etwas Bösartiges. Und da sind wir dann an dem Punkt, dass wir halt ein Bild machen müssen, zum Beispiel eine Kernspinnenuntersuchung. Und dann wissen wir es meistens immer noch nicht. Dann kann man versuchen, mit einer dünnen Nadel ein paar von diesen Zellen herauszubekommen. So ein bisschen wie Blutabnehmen, nur eben am Kopf. Und die kann man untersuchen. Und da wissen wir es meistens immer noch nicht, so dass man dann diese Raumforderung tatsächlich in einer Operation entfernen muss und dem Pathologen für einen Schnellschritt zuführen muss. Und der kann uns dann sagen, mach dies oder mach das. Da gibt es aber natürlich die gängigen OP-Risiken, aber wie ist da sonst so das Risiko? Ja, also das Problem, wie gesagt, ist der Gesichtsnerv, den man halt darstellen muss. Das macht man mit der Lupenbrille oder dem Mikroskop, dass man diese Verästelung sehen kann. Und dann kann man das sehr gut umschiffen eigentlich und dass man dem Nerven nichts tun muss. Wenn der Nerv natürlich in dieser Tumormasse quasi eingebacken ist, dann muss man ihn auch gegebenenfalls resizieren. Das führt halt zu diesen ganzen Lähmungen. Die kann man dann aber in einem zweiten Griff auch kosmetisch wieder verschönern. Durch Zügelplastiken, durch statisches Aufhängen, durch zum Beispiel ein kleines Implantat im Oberlid, das das Auge auch wirklich wieder schließt. Öffnen tut es nämlich durch einen anderen Muskel, einen anderen Nerv. Und dann kann man das eigentlich ganz schön wieder hinbekommen. Also deswegen sind Sie ja auch nicht nur auf die HNO-Heilkunde und Operationen in dem Bereich spezialisiert, sondern auch auf klassische Operationen in der Erteilung. Richtig, genau. Und das ist sozusagen der Schwerpunkt. Weil wenn wir sozusagen dieses Problem anrichten, dann muss man das auch beheben können. Und deswegen machen wir auch viel klassische Sachen dazu. Sie hatten ja gerade gesagt, Symptome sind, wenn man Erkrankungen der Speicheldrüsen hat, dass das so anschwillt. Ist die Krankheit Mumps dann auch? Hängt die auch mit den Speicheldrüsen zusammen? Mumps ist eigentlich so die klassische Erkrankung, die viele auch noch aus ihrer Kindheit kennen, mit den symmetrischen Schwellungen der Ohrspeicheldrüse. Das sind richtig massive Schwellungen, die man da hat, mit halt einem hohen Krankheitsgefühl auch. Und Mumps ist aber immer weniger eigentlich ein Problem. Ist eine virale Erkrankung der Speicheldrüsen, sodass man das in der Regel eigentlich auch nur konservativ therapieren kann. Das heißt, da helfen keine Antibiotika zum Beispiel, weil man ja nur auf die Bakterien mit den Antibiotika reagieren kann. Es gibt natürlich auch bakterielle Erkrankungen der Speicheldrüsen. Und man kann sich auch vorstellen, dass die Speicheldrüsen durch HIV- oder Hepatitis-Infektionen anschwellen. Auch Tuberkulose ist immer mehr eine Erkrankung, die man so aus dem afrikanischen, asiatischen, aus dem Ostraum, immer mehr bei uns auch findet. Und immer mehr Patienten haben auch mal eine Tuberkuloseerkrankung der Speicheldrüsen. Und jetzt noch mal zur Therapie dieser Speichelsteine. Wie gehen Sie da genau vor? Gut, wenn ich jetzt einen Speichelstein habe, der im Gang sitzt, zum Beispiel von der Unterkiefer-Speicheldrüse, dann kann ich den in der Regel auch im Mundboden tasten. Der fängt hier vorne unter der Zunge an und zieht sich dann ungefähr bis hier. Und man kann diesen Stein, wenn man ihn tasten kann, eigentlich in einer lokalen Betäubung auch sehr schön entfernen. Und das macht, indem man eine Gangschlitzung macht. Das kann man also wirklich gut betäuben. Dann kann man das schön sondieren. Dann schneidet man den Gang ein bisschen auf und entfernt den Stein. Das ist eine Sache von wenigen Minuten, also 10 bis 15 Minuten dauert es. Der Patient ist sofort beschwerdefrei. Der ganze Speichel kommt im Schwall aus der Drüse. Und die sind immer ganz, ganz glücklich, die Patienten. Wenn der Stein weiter hinten im Bereich des Drüsenhilus sitzt, das ist also der Bereich, wo quasi die Drüse in den Gang übergeht, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, das in einer lokalen Betäubung zu machen, weil die Patienten natürlich auch einen Würgereiz haben und das doch etwas unangenehmer wird. Das macht man dann gerne in einer Vollnarkose. Aber auch hier kann man die Steine eigentlich bis zur Drüse vorsichtig rausbekommen. Häufig ist es so, dass der Speichel dann nicht mehr vorne aus dem Gang rauskommt, sondern hinten, weil man wie so einen neuen Ausgang schafft. Wenn die Steine in der Drüse drin liegen, ist es etwas anders. Dann muss man schauen, ob man sie mit einem Endoskop rausbekommt. Und die Endoskope inzwischen sind ganz klein. Es ist wirklich so wie eine Miniaturausgabe zum Beispiel von einer Magenspiegelung. Ganz dünn wie die Mine eines Kugelschreibers und noch dünner. Und die kann man dann vorschieben. Ich habe dann einen großen Monitor, auf dem ich verfolgen kann, was ich tue. Und wenn ich da ein Steinchen sehe, kann ich versuchen, das zu entfernen. Nun ist es so, wenn die Steine zu groß werden, dann werde ich sie aus der Drüse nicht hinausbekommen, weil der Gang auch nur wenige, ganz kleinen Millimeter Durchmesser hat und etwas größer. Dann muss man versuchen, diese Steine entweder mit dem Laser zu verkleinern, was wir können. Wir haben so eine gewisse Laserfaser, da können wir das dann mit klein schießen. Man kann das auch mit einem Zängelchen ein bisschen kaputt machen. Oder man kann es versuchen, mit Stoßwellen von außen zu machen. Das ist auch ein Verfahren, was viel diskutiert wird, weil es nicht in allen Fällen die Patienten wirklich steinfrei macht. Das ist nur, dass man diese Steine fragmentiert und dann hinausbekommt. Aber wir setzen den Laser ein und haben damit dann eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Es gibt auch noch so Steinfangkörbchen. Die schieben Sie da rein, die können Sie so aufklappen. Und dann wie ein Korb umschließt es dann den Stein. Und den kann man dann vorsichtig aus der Drüse ziehen. Die Unterkiefer-Speicheldrüse kann man entbehren. Eher mal als die anderen Speicheldrüsen. Kleinen Schnitt von außen, dann wird die Drüse entfernt in einer Vollnarkose. Und der Patient ist auch beschwerdefrei. Speichelfluss ist genügend da in der Regel. Also es ist so, dass ein gesunder Mensch bis zu einem Liter Speichel produziert. Das sind ja so drei bis vier solche Gläser. Und wenn man die eine Drüse entfernt, ist es kein Problem. Also die anderen Speicheldrüsen machen genügend Speichel. Der Patient merkt nicht, dass er diese eine Drüse verloren hat. Und kosmetisch ist es in der Regel eigentlich auch kein Problem. Bei der Ohrspeicheldrüse kann man nicht im Bereich des Ganges schneiden, weil man dann quasi schon in der Wange wäre. Die kommt hier oben im Bereich des zweiten Zahns raus, im Oberkiefer. Da muss man eher ein endoskopisches Verfahren versuchen, so mit diesem Endoskop, dass man das rausbekommt. Oder auch eben mit den Stoßfällen und dem Laser. Was man machen kann, in einigen Fällen, wenn der Stein fest in der Drüse impactiert ist und so groß ist, dass ich ihn nicht rausbekomme, ihn aber auch nicht klein bekomme, kann man ein sogenanntes Rendezvous-Verfahren durchführen. Da kann ich dann mit dem Endoskop von innen mit den Steinen darstellen. Und von außen sehe ich dann richtig so einen Leuchtpunkt auf der Wange und weiß, dort sitzt der Stein. Und von außen mache ich dann unter dem Nervenmonitoring, um diesen Nerven halt nicht zu verletzen, einen Schnitt direkt durch die Wange und präpariere mich unter dem Mikroskop auf den Stein. Dann wird der Stein aus dem Gang entfernt, gibt es nachher so einen kleinen wie ein Stent rein. Und dann kann man den Gang wieder ganz vorsichtig vernähen und verkleben. Und dann ist der Patient auch steinfrei. Und das hat eigentlich auch für einige Steine, die gut selektiert sind, eine sehr gute Prognose und eine gute Therapie. Warum heißt das Rendezvous-Verfahren? Naja, weil man sich quasi von außen und von innen trifft. Ah, okay. Genau, das ist der Trick an der ganzen Geschichte. Weil man von außen ja häufig nicht sieht, wo die Steine sind. Deswegen muss ich also von innen erstmal festlegen, wo der Bereich sich befindet, dass ich schneiden möchte von außen. Weil sonst hat man wieder einen großen Schnitt und muss dort in der Drüse suchen. Und so eine Drüse hat so ganz viele kleine Läppchen und wenn Sie von außen drauf gucken, sehen Sie da nichts. Kein Stein und gar nichts. Deswegen muss man das machen. Das sind ja viele innovative Verfahren, wie man da vorgehen kann. Wie häufig kommt denn sowas überhaupt vor? Also wir machen das relativ häufig bei uns in der Klinik, weil die Patienten natürlich zu uns kommen. Also ich würde sagen, jede Woche haben wir schon einige von diesen Patienten. Insgesamt ist das so, dass jeder hundertste vielleicht einen Speichelstein hat. Und es haben natürlich auch nicht alle Beschwerden mit so einem Stein. Aber es gibt viele Patienten, die laufen draußen rum, die haben irgendwelche unspezifischen Beschwerden. So im Bereich des Kiefers oben, die sind schon beim Zahnarzt mehrfach gewesen. Und wenn man die dann mal fragt, hängt das mit dem Essen zusammen? Dann sagen sie, ja, wenn sie sagen, ja, es ist schon mehr mit dem Essen. Und dann macht man diese ganze Diagnostik, findet gar nichts. Und dann macht man eine Speicheldrüsenendoskopie und findet so einen kleinen flottierenden Stein drin. Holt den raus und der Patient ist beschwerdefrei. Also dieser Effekt ist manchmal richtig toll, auch für die Patienten. Schön. Herr Dr. Gräfe, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, hat mich gefreut. Danke. Ja, liebe Zuschauer, wir denken, wir konnten Ihnen nun die wichtigsten Informationen zu den Erkrankungen der Speicheldrüsen zusammenstellen. Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeklickt haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch bald wieder uns besuchen auf www.asklebius.com oder auch auf YouTube. Jetzt erst mal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.